Der Master Öleinfühltrichtersatz mit drehbarem Winkelarm ist optimal zum sauberen, sicheren, umweltfreundlichen und schnellen Einfüllen von Motoröl gedacht. Und was im Satz enthalten ist, das schauen wir uns jetzt an. Geliefert wird der Satz im stabilen Kunststoffkoffer, in dem auch alles seinen Platz hat. Im Satz enthalten sind 19 unterschiedliche Bajonett- bzw. Schraubadapter plus ein universeller Konusadapter. Der Trichter hat ein Fassungsvermögen von 2 Litern, hat im vorderen Bereich zwei Dichtungen, die die Abdichtung zum jeweiligen Adapter herstellen und die Verbindung ist super simpel. Einfach hineinstecken und ich kann mit dem Trichter arbeiten. Zudem sind im Satz zwei Winkeladapter enthalten, falls die Befüllung über die gerade Variante nicht möglich sein sollte. Auch im Satz enthalten ist eine Restöl-Entleerungseinheit. Das heißt, ich kann mittels Druckluft verbliebenes Restöl aus dem Motor herausdrücken. Das ist sehr sehr einfach, indem ich wieder mich mit dem entsprechenden Adapter verbinde, den dann mit dem Fahrzeug und von hier drüben mit der Druckluft dann ins Fahrzeug gehe. Damit ich nicht zu viel Druck ins Fahrzeug bringe, habe ich zur Sicherheit einen Druckminderer montiert und auch einen Wasserabscheider.